Und hier gehen wir jetzt rein in die 75 Plus Player Pick SPC, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut aussieht. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Jetzt, dass hier schon der fünfte Player Pick, denn ich habe im Backend quasi schon vier Player Picks gemacht. Viele wundern sich auch immer, hä, ich habe einmal gemacht, wieso hast du jetzt hier direkt fünf Player Picks? Die habe ich eben schon vorbereitet, Friends, dass wir jetzt direkt fünf am Start haben. Wir gehen gleich noch in mehr rein und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, morgen Mittag auch noch in mehr. Lasst mich gerne wissen, zum einen, wie viele von den 75 Plus Player Picks habt ihr gemacht und zum anderen natürlich, was hattet ihr drin? Ganz, ganz wichtig, ja. Ja, Kostic, 85er, SPC-Futter ist da, sehr, sehr nice. Oh, kurz gedacht. Also da habe ich jetzt kurz gedacht, da ist er am Start. Aber ich glaube, es ist auch ein Duplikat. Jaja, die sind alle bei mir, untraddleable Duplikate, bis zum geht nicht mehr. Romero nehmen wir mit, 83er. Und die ersten fünf scheinen hier jetzt auf jeden Fall erstmal nicht so zu gönnen. Aber das heißt ja noch lange nichts. Also, SPC-Futter nehmen wir jetzt hier mit.